Intermezzo Künstlerinnen und Künstler im Gespräch Im Intermezzo begrüße ich heute Christoph Dienz, den Fagottisten, Zitterspieler, Komponisten und Festivalveranstalter der Klangspuren Schwarz. Bekannt ist Christoph Dienz unter anderem als Gründer des Ensembles Die Knödel. Die ab den frühen 90er Jahren als Pioniere der neuen Volksmusik gegolten haben und seit einigen Jahren unter dem Namen Knödel wieder aktiv sind. Christoph Dienz hat aber etwa auch die Zitter aus dem Volksmusikkontext herausgeholt, in ganz neue Klangsferien und dabei auch mit internationalen Größen zusammengearbeitet. Und ist auch als Theatermusiker aktiv, zuletzt etwa für die Festspiele Reichenau. Und jetzt zum wiederholten Mal schon für das Sirene-Opern-Theater. Und die neueste Sirene-Produktion, die am 1. November ihre Uraufführung erlebt, ist auch der aktuelle Anlass für unser Gespräch. Herzlich Willkommen Christoph Dienz. Hallo. Diese Produktion, die im Reaktor im 17. Bezirk in Wien gezeigt wird, heißt Die Puppe, trägt die Bezeichnung Operoid und musikalische Pantomime. Beteiligt sind das Ensemble Faze, die SchauspielerInnen des Serapions-Ensembles und eine wortlose weibliche Singstimme. Und verhandelt wird die ewige Sehnsucht des Menschen, Maschinen zu erschaffen, die ihm immer ähnlicher werden. Kann man das so zusammenfassen? Genau, das kann man so zusammenfassen. Es geht halt von der Puppe aus und führt aber dann auch zur künstlichen Intelligenz. Und wie spiegeln die Menschen auf Spielzeug oder eben auf Technik, mit der sie zuerst spielen und die sich dann vielleicht verselbstständigt und die vielleicht dann die Macht über den Menschen übernimmt. Also Stichwort Zauberlehrling, das spielt da alles eine Rolle. Was passiert denn da genau auf der Bühne? Also so viel Sie schon verraten können. Wie ist denn da so die Konzeption? Was wird man erleben? Also es gibt verschiedene Stationen. Es ist kein narrativer Abend, keine Erzählung sozusagen, sondern es sind verschiedene Stationen, wo verschiedene Perspektiven zu diesem Thema durchleuchtet werden oder da mitgespielt wird. Ist es ein Puppentheater? Kommen Puppen und Masken zum Einsatz? Es ist kein Puppentheater. Also es spielen Menschen als Performer und eben eine Sängerin aus dem Ensemble mit. Es gibt aber eine Maschine, die auch mitwirken wird. Ein automatischer Trommler, habe ich gelesen. Genau, das ist in dem Fall nicht gespoilert, weil es steht schon auf der Homepage des Sirenetheaters. Ja, wie funktioniert der? Wie schaut der aus? Also den hat der Jakob Scheidt gebaut. Der Jakob Scheidt ist ein wunderbarer Erfinder von unnützen Dingen. Nichts Schöneres gibt es auf der Welt. Er baut Maschinen, die hydraulisch gesteuert sind, aber über einen Computer angesteuert werden. Und die schauen immer ganz toll aus. Und in diesem Fall ist es eben ein Trommelmann. Der besteht nur aus Trommel und zwei Armen. Diese Arme hat er selber im 3D-Drucker gedruckt. Und das Ensemble Phase wird dann mit dem Trommelmann gemeinsam musizieren. Man kann sich schon sehr gut einlesen auf der Sirene-Homepage. Das sind so kleine Essays zum Zugang zur Thematik Puppe im Theater. Das ist ja auch so eine bewusste Irritation, die da passiert, wenn eine Puppe oder eine Maske auf der Bühne steht. Also sozusagen nicht lebendiges, totes Material, dem man aber als Publikum unwillkürlich eine Identität gibt. Also diese Irritation, die da auftaucht. Kommen wir auf die Musik zu sprechen. Sie geben da drei musikalische Richtungen an, die Sie inspiriert haben. Einmal das traditionelle japanische Puppentheater und die Musik dazu, die mit sehr artifizieller Stimme arbeitet. Unter anderem dann die auf Loops passierende Computermusik mit ständigen Wiederholungen und vielleicht überraschend die Spätromantik. Warum denn die? Wenn ich an Puppen denke, denke ich an so Käthe-Kruse-Puppen. Das ist einfach so das Bild, das ich als erstes im Kopf habe. Und die Käthe-Kruse hat ihre Puppen zur Zeit der Spätromantik in etwa entwickelt. Und darum hat mich das interessiert, was ist das für musikalische Zeit, wo diese Puppen entstanden sind. Und auch atmosphärisch funktioniert für mich die Musik der Spätromantik gut in dem Zusammenhang. Eine Puppe hat etwas Emotionales, aber eben auch etwas Zwiespältiges. Das ist eine komische Sache eigentlich, so eine Puppe. Es gibt ja auch Kinder, die fürchten sich vor Puppen. Also ich zum Beispiel war so ein Kind, die wollte mit Puppen nichts zu tun haben. Weil es eben etwas Unheimliches ist, dass das so ein totes Ding ist, das dann unter Umständen auch die Augen aufschlagt. Aber eigentlich lebt es nicht. Aber man kann es zum Leben erwecken, indem man eben die Fantasie spielen lässt und damit spielt sozusagen. Und die Musik der Spätromantik, diese ausgereizte Harmonik, dieses Zu-Ende-Gehen von einer musikalischen Haltung. Und es hat so etwas Morbides und so etwas so Hochemotionales auch, aber auch etwas sehr Artifizielles. Also ich, Richard Strauss, er hatte diese normale Harmonielehre von Bach und früher so ausgereizt, dass es dann eben irgendwann absurd wurde, sich an der zu orientieren. Und das war auch mit der Grund, warum die Zölftermusik entstanden ist. Die Puppe ist Ihr vierter Einsatz für das Sirene Operntheater, wenn ich richtig gezählt habe. Ja, da scheint es eine gewisse Vertrauensbasis zu geben, eine Wertschätzung zwischen Ihnen und Christine Thorntonquist und Juri Eberharz, die Sie immer wieder zusammenbringt. Wie würden Sie denn das beschreiben? Wo sind denn da so die künstlerisch-kreativen Überschneidungen? Also grundsätzlich muss man sagen, dass das Sirene Operntheater eben die Christine Thorntonquist und Juri Eberharz also sicher seit 20 Jahren leidenschaftlich Musiktheater machen, unter durchaus prekären finanziellen Umständen. Und was mir eben gefällt, ist dieser haptische Zugang, oder wie ich sagen soll. Eben der Jakob Scheid, den ich zuerst schon erwähnt habe, der hat auch über viele Jahre die Requisiten und Bühnenbilder jedenfalls maßgeblich mitgestaltet. Es ist alles aus irgendwelchen Abfall- oder irgendwelchen Wegwerfprodukten zum Teil oder irgendeine alte Couch, die dann umfunktioniert wird zu einem Fahrzeug. Es ist so verspielt, es hat so einen verspielten, kindlichen, im allerbesten Sinne Zugang und das finde ich hochgradig sympathisch. Christoph Dintz, das Verspielte ist auch Ihnen sehr nahe, wenn ich das sagen darf. Also Ihr musikalisches Vokabular ist auch sehr breit, reicht von der Klassik bis zur Volksmusik und eben Ihre experimentelle Erweiterung von Auftragswerken für das Klangforum Wien bis hin zum Pop. Auch der spielt da in der Puppe eine gewisse Rolle. Studiert haben Sie ja klassisches Fagott in Wien bei Milan Turkovic und haben als relativ junger Student dann das Tiroler Ensemble Die Knödel gegründet. Das war 1992. Vielleicht können Sie ein bisschen zurückblicken auf diese Zeit, wie Sie als junger Tiroler nach Wien gekommen sind, sozusagen mit einem Bein in der Hochkultur, so stellt man sich es vor, mit dem anderen Bein aber eben in den musikalischen Wurzeln noch drin, mit denen Sie aufgewachsen sind. Kann man sich das so vorstellen? Ja, ich bin als junger Student nach Wien gekommen und habe sehr früh begonnen zu veranstalten. Also ich war Teil des Teams, das das Flex, diesen Club Flex mitbegründet hat. Das war früher noch, damals noch im 12. Bezirk in der Arnstraße. Und da haben wir jeden Abend Konzert veranstaltet. Und mit der Zeit habe ich dann Lust bekommen, diese Idee des Konzertveranstaltens eben darüber nachzudenken, das zu erweitern und verschiedene Musikstile. Das war Anfang der 90er Jahre noch ungewöhnlich, verschiedene Musikrichtungen an einem Abend zu präsentieren, um einfach so eine gewisse Offenheit zu erzeugen. Das haben wir dann im WUG veranstaltet und irgendwann kam die Idee, auch Volksmusik in irgendeiner Form zu präsentieren. Und mein Vater hat viele Jahre in einer Volksmusikgruppe gespielt, wo ich als Kind dann immer, wenn die bei uns geprobt haben, zuhören habe dürfen. Und das hat mich immer total begeistert, weil die sind am Tisch gesessen, haben es lustig gehabt, haben gegessen, haben sich unterhalten und dann musiziert. Und das war so unmittelbar, aber total gut. Also die haben super gespielt und das hat mich mitgerissen. Und für mich als kleiner Bub war das irgendwie faszinierend, wie leicht es ist, tolle Musik zu machen. So hat sich das für mich angefühlt. Jedenfalls habe ich dann so mit 15, 16 angefangen, so ein bisschen selber zu komponieren und immer dachte, ich will selber auch an Walzer und an Bolka und an Landler komponieren. Und habe das gemacht und habe das mit meinen Mitschülerinnen, ich bin damals dann schon ins Musikgymnasium in Innsbruck gegangen, aufgenommen und habe das dann meinem Vater zu Weihnachten geschenkt, eben so als Reflexion auf seine Musik sozusagen. Und dann habe ich mich daran erinnert, wie wir dann im WUK eben diese Konzerte veranstaltet haben und habe gedacht, das könnte man eigentlich einmal öffentlich aufführen. Ich habe meine Mitschülerinnen angerufen, wir haben das aufgeführt und es ist wahnsinnig gut angekommen. Und dann ist das losgegangen. Dann ist das sehr, sehr, sehr schnell gegangen, dass man innerhalb kürzester Zeit vor, wir haben dann Fernsehauftritte im Bayerischen Rundfunk gehabt, vor einem Millionenpublikum, wir sind nach New York gefahren, wir sind um die ganze Welt damit gefahren. Wir waren in Japan, Mexiko, Russland, überall. Und das ist richtiggehend auf eine gewisse Art explodiert. Also es war wirklich eine sehr erfolgreiche Zeit lang. Vier Alben produziert, glaube ich. Genau. Und das war alles in unseren Zwanzigern und das war natürlich die schönste Zeit der Welt, weil wir da um die ganze Welt gereist sind und halt irgendwie dieses Bandleben voll inhaliert haben. Aber auch gleichzeitig, das war auch anspruchsvolle Musik, die wir da gemacht haben. Also es war kein Geblödle, sondern es war gedacht eher in der Tradition von, weiß ich nicht, Bela Bartok oder Schubert, Mozart, Beethoven, die haben ja auch alle sich mit der Stravinsky, man kann praktisch fast alle Komponisten aufzählen, alle haben sich irgendwann einmal mit der Musik ihrer Region auseinandergesetzt. Und das war sozusagen unser Ansatz, dass wir uns mit der Musik unserer Region und dem Instrumentarium unserer Region auseinandersetzen und da schauen, was ist da für uns möglich, wie kann man das neu denken, wie kann man das erweitern. Ich habe nachgeschaut, die Knödel sind ein Jahr vor der Musikband der Franoi gegründet worden in Osttirol. Gab es da Verbindungslinien? Kann man das auch so ein bisschen als Beginn einer Welle sehen? Also jedenfalls, also der Andreas Schett, der hat uns dann einmal bei sich in Innervielgraten veranstaltet und ich will nichts Falsches sagen, aber mir kommt vor, dass er eben damals gesagt hat, dass ihn das so inspiriert hat, dass er dann eben die Franoi gegründet hat. Und es hat auch damals die Nozelbras, die haben gleichzeitig mit uns angefangen. Es hat also so ein paar so Gruppen gegeben, die erstens auf höchstem Niveau das Ganze betrieben haben und auch sehr innovativ waren und eigene Zugänge gefunden haben, die aber eben weit über dieses reine Klamauk-Ding hinausgegangen sind. In den Jahren bis heute hat sich da natürlich wahnsinnig viel getan, auch so vielleicht auf popularmusikalischer Ebene, also auch im Wiener Musikbereich mit Bands für 5, 8 oder den Ehren oder Alpin, vielleicht ist der Alma zu nennen und Knödel, also ohne die und mit OE gibt es jetzt auch wieder. Wie ist es dazu gekommen, zu dieser Neugründung, zu dieser Wiedervereinigung? Also wir haben dann irgendwann, ich glaube, das war 2000, gesagt, wir lassen es jetzt, weil wir an einem Punkt waren, wo wir, ich glaube, wir haben über 350 Konzerte gespielt und die ersten Kinder sind gekommen, wir waren verstreut in ganz Europa, Mailand, Innsbruck, Wien, Berlin. Irgendwie haben wir dann gefunden, bevor wir das jetzt tot reiten, lassen wir es lieber, ja. Und das haben wir gemacht, dann haben wir 17 Jahre Pause gemacht, jeder hat seine Karriere gemacht, tolle Karrieren, alle haben ihre Kinder bekommen und mehr oder weniger groß gezogen. Und dann habe ich erstens für mich jetzt privat, wieder mehr Lust gekriegt, so kleine Formen zu komponieren. Es hat so ein paar kleinere Aufträge gegeben, wo ich das gespürt habe, wie mir das Spaß macht. Und dann das Entscheidende war, dass eine Filmproduktionsfirma auf mich zugekommen ist, und zwar für den Film Das Wunder von Wörgl, der ja dann auch im Fernsehen gelaufen ist, wo es um dieses Schwundgeld in Wörgl der 1930er-Jahre gegangen ist. Und der mich eben gefragt hat, ob wir mit die Knödel da die Musik dazu machen wollen. Und dann habe ich gesagt, naja, die Knödel gibt es eigentlich schon ewig nicht mehr. Und habe aber dann irgendwie gedacht, ah, das könnten wir jetzt eigentlich probieren. Wir können uns für diese Produktion treffen. Wir nehmen das auf. Und fertig. Das war eigentlich mein Zugang. Und dann haben wir uns getroffen. Und das war dann auch relativ unemotional, eigentlich sehr professionell. Wir haben da die ganze Filmmusik in einem Tag aufnehmen müssen. Es hat gleich super funktioniert musikalisch. Also wie wenn wir vor einem Monat das letzte Mal zusammengespielt hätten, aber nicht vor 17 Jahren. Und dann habe ich mir überlegt, naja, vielleicht sollte man doch wieder auch mehr spielen, wenn es so leicht geht und so viel Spaß macht und jeder Lust hat. Und dann habe ich mal die Band jeden Einzelnen befragt, ob sie sich das vorstellen können. Und dann habe ich auch so ein bisschen Leute aus der Szene gefragt, also sich den Christoph Huber von Borgi & Pess und unter anderem auch den Albert Hosp, wie sie das finden würden, wenn wir wieder spielen. Und dann war das durch und durch positiv. Und der Albert hat mich dann sogar am nächsten Tag angerufen und hat gemeint, wir könnten bei ihm die Premiere spielen bei Glatt & Verkehrt. Naja, und dann waren das noch dazu mit Live-Übertragung für eins. Also das war dann die Option einfach super. Und dann habe ich gesagt, dann machen wir es aber so, dass hier ein komplett neues Programm schreibt und die alten Hits werden wir auch spielen. Aber eigentlich wollen wir ganz neue Musik machen. Wir haben auch, es waren alle mit dabei, nur eine Geigerin nicht. Die Julia Fiegel wollte nicht mehr mitmachen. Und dann habe ich diese eine Geige für einen Schlagwerker, für einen Charlie Fischer ersetzt. Bei mir ist die Zitter dazukommen. Jetzt haben wir also so ein bisschen ein anderes Klangbild gehabt und habe jetzt die alten Stücke neu arrangiert und ein komplett neues Album geschrieben sozusagen. Ja, und seitdem spielen wir wieder. Das letzte Album haben Sie im Vorjahr herausgebracht. Das trägt den Titel Wunderrad. Horchen wir vielleicht kurz in den Titeltrack rein. Wunderrad, der Titeltrack aus dem jüngsten Album Der wiedervereinten Knödel. Christoph Dienst für Sie als Musiker ist auch die Zitter sehr stark in den Mittelpunkt getreten. Die Zitter als ein Instrument, das man natürlich genremäßig sehr klar zuordnet dem Volksmusikgenre, das ein sehr charakteristisches Klangbild hat, allerdings nicht so präsent wie zum Beispiel die Gitarre. Macht das die Zitter vielleicht zu einem Instrument, das anschlussfähig ist für Elektronik, für Jazz? Die Zitter ist jedenfalls auch ein Instrument aus meiner Region. Und ich bin der Zitter immer sehr kritisch gegenübergestanden, eben weil sie so besetzt ist. Also dritter Mann, ich meine, das ist ja eh toll, aber normalerweise, wenn man an Zitter denkt, dann denkt man es an einen Menschen mit einem Tiroler Hut auf und einem riesigen Gamspaar drauf, der irgendwie in einer Hütte sitzt und da irgendwelche Volksmusik von sich gibt. Und ich habe aber auch von den Klangspuren einen Kompositionsauftrag bekommen, sowas wie 2003 vielleicht, für Zitter zu komponieren. Und dann haben wir eigentlich im ersten Moment gedacht, das mache ich nicht, weil Zitter, was soll ich mit der Zitter? Und dann habe ich mir aber die doch vor mich hingelegt und einmal ein bisschen herumprobiert, wie ein Kind bin ich da völlig unbedarft drauf zugegangen und habe erkannt, dass man da irrsinnig tolle Sounds machen kann, weil das einfach ein Brett ist, wo Seiten drüber gespannt sind. Und das hat man dann so vor sich liegen und da kann man dann so genüsslich drauf herumzwicken, schlagen, kratzen, beißen und auf irgendein Ergebnis kommen. Und dieses Ergebnis, das war klanglich sehr interessant. Und dann habe ich aber mir noch ein technisches Hilfsmittel dazugenommen, eben so einen Loopgenerator und habe dann so Flächen gebaut oder so Felder. Ich habe dann das Stück auch Felder für Zitter und Loopgenerator genannt. Und der Interpret dieser Auftragskomposition hat eben dann diese undankbare Aufgabe übernehmen müssen, ein Stück für Zitter und Loopgenerator zu spielen, das ganz wenig mit Zitterspielen zu tun gehabt hat. Also diese ganzen Zitterspieltechniken, die man halt kann als Zitterspieler, sind nicht vorkommen, weil ich ja kein Zitterspieler bin und sozusagen nur so haptische Ideen, die zu irgendeinem Klangergebnis geführt haben, umgesetzt habe. Jedenfalls haben wir die Urführung abbrechen müssen. Die hat nicht stattgefunden, sozusagen. Und dann habe ich mir gedacht, na gut, ich verstehe, dass das schwierig ist, als Zitterspieler Techniken zu spielen. Also man hätte eigentlich eher einen Perkassionisten dafür engagieren sollen. Und da habe ich mir gedacht, aber mir hat das so viel Spaß gemacht, jetzt probiere ich das. Und habe zu meinem Manager eben, zu diesem Christoph Moser, der die Knödel auch gemanagt hat, gesagt, er soll mal ein Konzert organisieren. Das hat er gemacht im Ritz in Wien. Und habe mich da so richtig reingehängt und habe das dann dort aufgeführt. Und ich habe das dann eben über diesen Loop-Generator so kombiniert, dass es eigentlich eine Art Clubmusik geworden ist. Also eine tanzbare Musik eigentlich, durch diese Repetitionen und so weiter. Und dann habe ich mir gedacht, na ja, wenn das so gut ankommt, dann mache ich gleich ein Album draus. Ich habe viel, viel, viel gespielt. Ich habe in dem Jahr der Veröffentlichung über 80 Konzerte mit der Zitte gespielt. Auch wieder weit herum. Ich war auch in New York, in London. Aber mit der Zeit war es dann für mich ein bisschen mühsam, da immer alleine irgendwo in irgendeiner Stadt zu sein, mit meinem ganzen Equipment und mal zu schauen, wo ist der Flughafen, wie komme ich da hin. Und irgendwie war ich einsam. Sodass ich dann eben begonnen habe, mir immer einen Partner mitzunehmen. Und oft den Matthias Bichler, ist ein toller Kontopassist, der in Berlin lebt. Auch Elektroniker habe ich mir mitgenommen. Und auch irgendwann den Lorenz Raab, den Trompeter. Und der hat dann so eine carte blanche bekommen, im Konzerthaus einen Abend zu gestalten. Und dann hat er gesagt, machen wir eine Konzerthälfte zusammen. Und dann haben wir da auch wieder Stücke dafür konzipiert und komponiert. Und dann haben wir gesagt, dann machen wir eine Platte. Und wir nennen uns Radi von Raab und Dienst. Also wir spielen seit 20 Jahren zusammen. Aber in dieser Kombination Radi spielen wir jetzt auch seit, sagen wir mal, 2018 zusammen. Also begonnen hat das alles mit einer gescheiterten Uraufführung. Das war bei den Klangspuren Schwarz. Ein Festival, mit dem sie auch schon lang verbunden sind. Logischerweise kann man sagen. Also dieses neue Musikfestival Musikfestival in Tirol, gegründet von Thomas Lacher, mit dem Zweck auch so ein bisschen eine Lücke zu füllen. Da haben sie, glaube ich, 2003 ein Porträt gehabt. Und 2022 sind sie künstlerischer Leiter geworden. Zunächst mit ihrer Kollegin Clara Janotta. Sie stehen ja für eine genremäßige Öffnung der Klangspuren. Sie haben auch mal gesagt, dass es ja ein Festival für neue Musik ist, nicht für neue akademische Musik. In einem ORF-Interview. Also war das notwendig, aus Ihrer Sicht, da ein bisschen von einem Fachpublikum wegzukommen? Also es ist unbedingt notwendig, dass sich die neue Musik, die neue oder die zeitgenössische Musik öffnet. Aber das macht sie auch. Also es gibt tonnenweise mittlerweile junge Komponistinnen, die sich öffnen. Das hat auch einfach mit der Zeit zu tun. YouTube gibt es, glaube ich, seit 2006. Was bedeutet, dass man zu jeder Zeit die gesamte Musik dieser Welt zur Verfügung hat. In meinem gesamten künstlerischen Schaffen ist das im Prinzip mein Antrieb und in der neuen Musik ist es nicht anders. Wie ich angefangen habe bei den Klangspuren, viele Gespräche geführt und es immer wieder gehört, dass die Leute Angst haben, auf ein Klangspurenkonzert zu gehen, weil sie sich zu blöd vorkommen, zu wenig gebildet. Und das ist ja das Schlimmste, was man hören kann. Also das ist ja furchtbar. Und darum habe ich mir das sehr zu Herzen genommen, diese, genau diese Leute abzuholen und ihnen verständlich zu machen. Da geht es nur darum, dass man sich öffnet. Die Klangspuren bieten sozusagen einen geschützten Raum, um genau diesen Sinn zu schärfen und sich diesem Sinn hinzugeben, nämlich dem Hören. Ich bleibe den Klangspuren nach 2025 erhalten und dann höre ich auf. Also raus aus dem Elfenbeinturm lautet die Devise für die neue Musik. In wenigen Tagen startet auch das Festival Wien Modern. In dessen Rahmen kommt das Operuit, das neue Musiktheater Die Puppe vom Sirene Operntheater zur Urführung mit neuer Musik von Christoph Dienst, der heute mein Gast am Intermezzo war. Herzlichen Dank für das Gespräch. Vielen Dank. Intermezzo Eine Sendung von Sebastian Fleischer Die Puppe